Den Schal hat er abgeregt. Der Guardiola. Janschke. Das ist mal schnell und gut gespielt. Patrick Armand. In der Mitte Johnson. Und Raphael verliegt rein. Und Manuel Neuer macht das, was er gegen Gladbach nicht das erste Mal macht. Und dann Raphael, technisch durchaus anspruchsvoll. Da ist komplette Unordnung. In der Mitte völlig frei. Den nimmt er prima. Natürlich ist das ein Dropkick ziemlich scharf. Aber, sorry. Manuel Neuer auch schon im Schalke-Dress. Das ist ein vierter Patzer gegen Gladbach. Und zwar einer, der zu einem Gegentor führt. Klasse, dieser Pass. Kramer, Kramer und Raphael und die machen den Deckel zu. Das ist ja wie im Lehrbuch. Wie im Lehrbuch. Borussia München-Gladbach entzaubert hier den FC Bayern München im eigenen Stadion. Aber war das klasse von hinten rausgespielt. Kramer macht das wunderbar. Und da sieht Neuer wieder unglücklich aus. Aber das ist kein Patzer. Also den zu halten aus der Entfernung muss man schon Welttorhüter sein. Nein. Im Ernst. Der dritte Torschuss der Gladbacher und der steht 2 zu 0 für den Gast.